Wir sind hier bei Hersan Immobilien in Würselen bei Aachen. Wir benutzen jetzt mal diese ganzen Süßigkeiten hier, um mal anzuschauen, was ist im Prinzip der große Irrtum oder auch die große Falle, Immobilienmärkler als Einzelkämpfer wirklich machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In diesem Video geht es um ein ganz spezielles Thema. Wir sind hier bei Hersan Immobilien in Würselen bei Aachen, komme ich gleich zu. Aber in diesem Video geht es darum, was ist jetzt der Punkt, wenn man als Immobilienmakler, als Einzelkämpfer unterwegs ist und was ist das große Problem, was da einen wirklich zerlegt versus wie kann ich mich dann weiterentwickeln. Aber bevor wir das besprechen, Adil, mal ganz kurz in der Würze. Erst mal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei dir in deinem schönen neuen Ladenlokal in einer super Lage hier in Würselen. Also du bist sozusagen im Hotspot letztendlich. Adil, du bist seit April 2021 bei mir. Was hat sich konkret verändert? Ja, erst mal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Es ist mir eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, also seit letztem April bin ich im Coaching drin. Und seitdem kann ich sagen, hat sich eigentlich komplett alles verändert. Ich habe, wie du schon eben darauf angesprochen hast, ein superschönes Ladenlokal. Genau, ein superschönes Ladenlokal. Direkt hier im Herzen von Würselen. Also vor zwei Jahren konnte ich mir das nicht mal erträumen, dass ich so ein Ladenlokal hier mit einem Würselen habe. Umsatztechnisch kann ich sagen, ich habe hier jetzt dieses Jahr im Juli einen Monat Umsatz gehabt, der höher war als mein Jahresumsatz 2020. Also auch richtig was nach vorne gegangen. Absolut. Du hast ja auch ein bisschen was gegönnt. Ein neues Auto, glaube ich, hast du vorher mit mir nicht drüber gesprochen. Nein, alles gut. Gut, das soll ja auch so sein. Aber du bist, du hast diesen Sprung jetzt zum Unternehmer noch nicht so ganz vollzogen. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Weil du hast ja hier schon für uns ganz viele Leckereien, die ich natürlich nicht esse. Aber die nutzen wir jetzt mal, um hier ein kleines Spiel zu machen. Also das heißt, wir benutzen jetzt mal diese ganzen Süßigkeiten hier, um mal anzuschauen, was ist im Prinzip der große Irrtum oder auch die große Falle, die Einzelkämpfer, also Immobilienmärkler als Einzelkämpfer wirklich machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar, Adil, weil irgendwo ist ja eine Blockade. Irgendwo ist ja ein Punkt, wo man sagt, das ist mir noch nicht ganz real. Ein Missverständnis vielleicht oder einfach eine Verwirrung, was auch immer. Und häufig ist es zum Beispiel, hey, das, was du machst, du kannst ja kurz bestätigen, ob es bei dir so ist, das, was du machst, ist in dir drin. Also das heißt, das fließt irgendwie, das läuft, das klappt irgendwie so. Genau. Ja, ist das ein Thema? Und jetzt, was ist jetzt die Sorge oder was ist dieser Sprung, jetzt das auf den Mitarbeiter zu projizieren? Was da, kannst du das mal kurz sagen? Und was ist da so die, vielleicht nicht die Sorge, aber zumindest mal die Verwirrung? Also ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt eine Verwirrung. Ich denke, das ist bei mir ein Teil-Mindset-Problem, dass ich mir das so nicht vorstellen kann. Weil ich denke, bevor ich jemanden einstelle, muss alles zu 1000% laufen. Ich muss eine Struktur haben. Habe ich ja. Aber ich denke halt, bevor ich jemanden einstelle, muss alles zu 1000% sein. Okay, verstehe. Gut, wir schauen uns das mal an jetzt. Und zwar, wir machen mal das Beispiel. Wir haben ja drei Geschäftsbereiche als Makler, die ganz wesentlich sind. Das ist Thema Akquise, Einkauf und der Verkauf. Um es nochmal kurz zu definieren. Akquise, klar, Lead-Gewinnung, um Objekte reinzuholen. Einkauf ist wirklich dann beim Kunden zu sitzen, den Auftrag zu machen. Und Verkauf dann letztendlich die Lieferung an den Verkäufer, was man versprochen hat. Okay, so das sind die drei Bereiche. Das sind ja die Bereiche, auf die du dich konzentrieren musst. In denen du praktisch permanent umherläufst. So, schauen wir uns das mal an. Ich mache mal hier so ein bisschen Platz. Und sage, guck mal, wir haben einmal hier, jetzt fangen wir mit Akquise an. Okay, wenn du wirklich regelmäßig Objekte haben willst, was musst du machen? Du musst, sagen wir mal zum Beispiel, geben wir nur Beispiele, ja. Zum Beispiel Flyer verteilen. Dann, was müssen wir noch machen? Wir müssen Printanzeigen machen. Wir müssen auch noch ein bisschen Online-Marketing machen. Hier so Social Media, Instagram-Gedönsrat. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen hier Direkt-Marketing. Die klassische Kalterquise, wie viele sie kennen. Das heißt, du musst Verkäufer anrufen. So, was haben wir denn sonst noch so? Dein Ladenlokal muss ja auch besetzt sein, damit wenn mal einer reinkommt. Das läuft. So, wir nehmen jetzt mal nur eins, zwei, drei, vier, fünf Bereiche. Okay, fünf. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen die ersten Leute und sagen, Herr, Herr, ich möchte meine Immobilie verkaufen. Das heißt, Telefonate führen im Einkauf. Qualifizieren. EK1. Hinfahren. Objekte anschauen. Immer weiter. Sagen, jetzt musst du es bewerten danach. Und hier, machen wir ganz ehrlich jetzt, gerade in der jetzigen Phase, wo die Zinsen, die Finanzierung steigt. Jetzt, also Finanzierungskosten, jetzt wird die Bewertung von Immobilien umso wichtiger, damit man sich nicht verhaut. Ja? Genauigkeit, Professionalität. Ja? Okay, bewerten. Dann muss ich ja nochmal mit dem Verkäufer sprechen. EK2. Und ich muss natürlich, jetzt fehlen mir gerade hier die Dinger, und ich muss am Ende des Tages noch, warte, ich nehme mal ein anderes, und ich muss am Ende des Tages natürlich auch noch den Alleinauftrag machen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind schon fünf, sagen wir mal, aufwendige Arbeiten und Prozesse dahinter. Hier auch sind Prozessschritte dahinter. Okay, gehen wir weiter. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt kommen wir mal das nächste. Jetzt müssen wir, jetzt haben wir den Auftrag, jetzt müssen wir das Ding aufbereiten. Ja? Jetzt müssen wir Objektunterlagen sammeln. Jetzt müssen wir Fotos machen. Dann müssen wir als nächstes, was müssen wir noch machen? Wir müssen vielleicht noch einen 3D-Rundgang machen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Exposé erstellen. Am besten noch ein cooles. Texte schreiben, Exposé, so. Und als nächstes, was müssen wir noch machen? Wir müssen das Ganze auch noch vermarkten. Auf den Online-Portalen. Wir müssen Anfragen bearbeiten. Die Latte wird ja immer näher, immer länger. Das heißt, wir müssen jetzt mehrere Anfragen bearbeiten. Wir müssen besichtigen. Wir müssen mit Kaufinteressenten verhandeln. Notarvorbereitung und so weiter und so fort. Jetzt mal eine ganz entspannte Frage. Wie machst du das? Bist du Superman oder keine Ahnung? Wie machst du das denn als Einzelkäufer? Ja, es ist halt so, dass ich mich nicht dauerhaft auf die neue Kundenakquise konzentrieren kann. Genau. Geht gar nicht. Das heißt, du musst darauf hoffen, dass Leute von alleine kommen? Oder Empfehlungen? zum Teil darauf hoffen. Oder halt erstmal hier abschließen, damit ich dann da wieder auf die neue Kundengewinnung gehen kann. Was passiert? Dann hast du halt diese Berg- und Talfahrten. Genau. Du hast immer diese Berg- und Talfahrten. Du hast immer diese fucking Berg- und Talfahrten. Und das ist deshalb, weil ihr euch alle überschätzt da draußen. Also die Einzelkämpfer überschätzen sich. Jetzt haben wir aber eine zweite Folge. Welche noch? Du hast gerade eben in unserem Vorgespräch mal so drauf gezeigt. Machen wir gerade? Ja, es ist halt so, dass ich momentan auf allen, ich sag mal, auf allen Hochzeiten tanze oder versuche zu tanzen. Ja. Heute bin ich hier, am Mittag bin ich hier, am Abend bin ich da, morgen früh bin ich wieder hier und übermorgen bin ich dann hier. Okay. Hat das auch einen Verlust an Qualität? Also an Qualität nicht unbedingt, aber an Potenzial auf jeden Fall. Also Potenzial. Potenzial auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich lass den größten Teil auf der Straße liegen. Genau. Also du könntest viel, viel mehr machen. Absolut. Du könntest sich in eine viel bessere Position bringen. Marktdominanz, könntest noch mehr Objekte haben und so weiter. So. Jetzt sagen ja viele dann vielleicht, ja, das will ich aber ja gar nicht. So. Und das ist ja schon der nächste Irrglaube. Ja, das will ich aber gar nicht, weil du dadurch natürlich finanziell auch immer rauf, runter fährst. Ja, rauf, runter, rauf, runter. Ja, das heißt, auf diese Art und Weise ist das auch sehr, sehr Energie, also es verbraucht unheimlich viel Energie, Das ist oft dauerhaft nicht gesund. Absolut nicht. Ja, was passiert dadurch? Stress. Stress. Stress, ja. Stress, viel Arbeit, viel Aufwand, ja, viel Attacke, du musst an alles denken, ja. Macht man auch schon mal Fehler? Passiert auch? Passiert auch. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da verhaut man sich vielleicht auch mal, ja. Das ist ja gar nicht böse. Also, ganz ehrlich, wenn man sich mal die physikalische Formel für Leistung anschaut, Kraft mal Weg durch Zeit. Das heißt, je mehr Zeit, Teilungsfaktor Zeit, je mehr Zeit ich investieren muss, umso tiefer, also umso schlechter wird meine Leistung. Das ist ja logisch. Also, ich kann halt eben nicht sieben Tage die Woche rund um die Uhr Vollgas geben. Das funktioniert nicht. Für ein paar Wochen. Ja, es mag zwar ein paar super Leute da draußen geben, die glauben, sie könnten das, aber das kostet Körner. So, und wenn ich jetzt aber hingehe und hole mir jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel diese Bereiche hier mal übernehmen kann, oder zum Beispiel hingeht und mir die Bewertung macht und die Alleinaufträge vorbereiten kann, ja, oder zum Beispiel der komplette Verkauf, der, wenn man es ja richtig macht, wie bei uns im Coaching, komplett systematisiert ist. Also, jeder Handschlag, jeder Handgriff ist im Prinzip vorprogrammiert beschrieben und kann auf gut Deutsch gesagt ein normal durchschnittlich intelligenter Mensch auch ausführen, oder? Absolut. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Da muss man nicht Superwoman oder Superman für sein. Das heißt, das kann ich jemandem geben, die Objektaufbereitung kann ich jemandem geben. Ja, ich kann jemandem, ich kann einen Fotografen engagieren, ja, ich kann das Exposé schreiben lassen, ich kann ein Exposé setzen lassen, high end, und ich habe ein geileres Exposé als diese Kack-Exposés, die da jeder hat, die aus der CRM rauskommen. Absolut. Weil die hat ja jeder Makler. Und das ist ja nicht unser Anspruch. Wir wollen ja Wow-Faktor-Verkauf machen, also brauchen wir auch ein cooles, extrem cooles Exposé, ja, und das kann ich aber auch machen lassen. Ja, was führt dazu automatisch? Entlastung. Du wirst entlastet und du kannst dann wiederum, coolen Scheiß machen. Was kannst du? Du kannst mehr Objekte ranholen. Du kannst mehr in Marketing reingeben, ja, und fährst das Ganze hoch und baust dir im wahrsten Sinne des Wortes eine Maschine auf. Und jetzt tun wir das alles mal weg, hier das ganze Spiel, ja, und am Ende des Tages haben wir eigentlich nichts anderes, als dass wir uns ein Fließband aufbauen, ja, aus Akquise, Einkauf und Verkauf, was permanent rundläuft, was permanent rundläuft. Leuchtet das ein? Auf jeden Fall. Also macht das Sinn, vom Makler zum Unternehmer sich da weiterzuentwickeln? Ja, weil das ist, schau, ein Unternehmen, ein Unternehmen braucht auch immer Entwicklung. Das ist unabdingbar, weil wenn du ein Unternehmen permanent auf so einem Level hältst, ja, was kannst du nie? Du kannst in Ruhe in Urlaub fahren? Nicht wirklich. Also wirklich in Ruhe? Nicht wirklich. Kannst du nicht, geht nicht. Ich war jetzt im Urlaub und musste zwei Wochen den Laden zumachen. Das heißt, du schließt seinen Laden ab? Ich habe in der Zeit fünf Anrufe bekommen, die ihre Immobilie verkaufen möchten, habe jetzt diese Woche und nächste Woche Termine. Mal schauen. Ja? Ja, mal schauen, klar, wird es irgendwo klappen? Ja, es wird irgendwo gehen, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt habe ich gestern mit einem anderen Makler, deswegen meine ich ja, mal schauen. Ich habe gestern mit einem anderen Makler, der war zur gleichen Zeit wie du auch in Urlaub, der hat aber Mitarbeiter und den habe ich gestern gefragt und sagt, ey, wie war denn das für dich? Sagt der Heinz, das war der Hammer, das erste Mal, das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass ich in Ruhe in Urlaub fahren kann und, das heißt aber, fünf Minuten am Tag, vielleicht zehn Minuten, mal kurz mal nach dem Rechten, ob alles in Ordnung ist und so weiter, aber ey, ein entspanntes, gechilltes Telefonat und am Ende des Tages musste er nichts machen und was ist passiert? Auftrag ist drin. Auftrag, Reservierung gemacht und so weiter und so fort. Und das ist halt der wirkliche Unterschied und es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist keine Raketenwissenschaft. Alles klar? Ja. Das heißt, auf zum Unternehmer, vom Makler zum Unternehmer, das muss der Weg sein und der macht auch auf jeden Fall Sinn. In diesem Sinne und wenn ihr auch Bock habt auf diesen Weg vom Makler zum Unternehmer und euch dieses Video mit heute Haufen und Süßigkeiten gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch, schreibt gerne in die Kommentare rein und in der Infobox seht ihr alles Weitere. Ihr könnt natürlich gerne auch eine kostenfreie Coaching-Session bei uns buchen und vor allen Dingen uns auf den sozialen Medien folgen wie TikTok, Instagram, Facebook, wo auch immer abonniert unseren Kanal natürlich definitiv nicht vergessen und bei dir bedanke ich mich. Adi, dass du dieses kleine Spiel hier mitgemacht hast und in diesem Sinne macht's gut.